so und jetzt heißt es einfach nur bett nehmen vielleicht sollte ich einfach die wolle lasse ich aber hier aber ich hätte nämlich mit ich weiß ja nicht wozu ich sie noch brauche jetzt heißt es einfach mir weg zu machen selber so und jetzt einfach ich ich laufe jetzt einfach in der richtung so ich versuche mal in der richtung zu laufen und dann werde ich einfach nur wenn ich einfach die das bett aufstellen und übernachten und ich laufe jetzt bis ich endlich mal pferde finde das tue ich jetzt einfach so es wird jetzt hier laufen bis ich pferde finde ich laufe über berge und täler die zehn berge und die zehn täler die ich überwinden musste damit ich endlich pferde sehen denn das habe ich mir als lebensziel gesetzt ich möchte endlich pferde sehen ich hörte immer von dieser tiere lunch von dieser prachtvollen tieren auf die man reiten kann aber ich hörte immer von dieser gefährlichen tiere von dieser tiere die man reiten kann aber ich hörte um sie zu sehen müsste man eine lange marsch ein langer weg zurücklegen und viele kamen nicht mehr zurück doch für diejenigen die es haushilten da kamen sie mit den tieren zurück und waren reich denn sie hatten pferde diese diese wesen die man aus nur aus geschichten kennt und ich setze mich ans lebensziel welche zu finden über steinen über sand und über wasser bewegte ich mich über seien und meere bewegte ich mich um pferde zu sehen und sollte ich unterwegs sterben so starb ich wenigstens mit dem ziel ich glaube genug gequatscht oder ich möchte pferde ich möchte pferde sehen ich möchte pferde sehen ich möchte ach ja dreimal um die herde muss ich wandern um den Platz zu finden an dem Pferde. Okay. Wie war das nochmal? Dreimal um die Erde muss ich wandern, um den Platz zu finden an dem Pferde und grasen. Schöne See hier. Schöne Gebiete findet man hier. Also das hat ja auch einen Vorteil, wenn ich suche. Man sieht schöne Gebiete. So, und dann nach Hause ist einfach nur in die andere Richtung. Ich habe vier Leinen. Dann kann ich hoffentlich mit vier Pferden laufen. Ah, habe ich vier Pferde hinter mir. Aber nichtdestotrotz, ich würde gerne wissen, wie es ist mit dieser jungen Pferde, ob sie erwachsen werden. Wisst ihr, ich habe es mal erwähnt, dass ich mal angeschaut habe. und ich würde gerne wissen, ob diese jungen Pferde, die es da sind, wenn es Pferde sind, also junge Pferde sind und nicht Ponys. Ja, wie Eischafe, habt ihr irgendwo Pferde gesehen? Die vieren so komisch. Nee, die machen nicht mehr, die vieren. Nein, nein, die vieren. Die machen nicht mehr, die vieren. So, sagt alle im Wald, alle Tiere im Wald, dass ich nach Pferde suche. Und dann sagt mir Bescheid. Hast gehört, Cheetah? Wenn du das siehst, einfach Bescheid sagen. Oh, ich bin schon wieder im falschen Film. Cheetah, gehört nicht hierher. Au. Du blödes Teil. Lass mich wenigstens nach oben klettern. So. Tja. Dann musst du wohl glauben. Daran glauben. Daran glauben. Du auch dran glauben. So, so, so. Ja, ich bewege mich jetzt einfach. Eine Steppe. Eine Steppe. Bitte, bitte, bitte. Lass mich. Hä? Verhasst du mich, oder was? Wovon wir verschwunden? Und dann wieder aufgetaucht. Dann musst du ja wahrscheinlich wieder random was rechnen. Ja, 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 ja. Ja, habt ihr Pferde gesehen? Ich suche Pferde, verdammt. Das ist doch eine Steppe. Ich hoffe nur, das liegt nicht daran, also es liegt nicht daran, dass die Weltkarte so alt ist. Obwohl, so alt ist sie nicht. Lieber mit dem Schwert in der Hand laufen. Aber das ist doch eine Steppe hier. Das ist eine Steppe. Es müsste auch irgendwo Pferde geben. Ich laufe einfach weiter. Ich laufe einfach weiter. Was soll es sein? Schweine. Immer noch Schweine. Immer noch keine Pferde. Wüste. Nein. Why? Karte, warum machst du das mit mir? Die verarschen mich doch, oder? Da ist eine Höhle. Also, ich laufe jetzt ein bisschen hier die Steppe ab. Weil vielleicht bin ich nur auf der falschen Seite der Steppe. Bibi. Und wenn ich Pferde habe, versuche ich die gar nicht zu reiten oder sonst irgendwas, sondern ich versuche sie einfach gleich mit dem Lasso einzufangen. Ja, Wüste. Aber keine Pferde. Und ich habe halt kein Essen mehr. Gibt es doch gar nicht. Die Map spielt mit mir, oder? Kühe, Kühe. Und Wüste. Gibt es wenigstens Araberängst? Bitte lass mich doch wenigstens in der Wüste einen Araberängst finden. Tja. Es ist die 1.62. Das weiß ich. Aber irgendwie... Irgendwie finde ich keine Pferde. Und jetzt übernachte ich erstmal hier. Wie? Du kannst nur Nacht schlafen. Nichts da. Es ist nachts. So. Gute Nacht. So. Aufpassen. Dass... Keine Gripen hinter der Nähe sind. So. Und weiter geht's. Es geht weiter. Wir sind immer noch auf der Suche. Nach dem Absturz? Okay. Da! Da! Da sind sie. Nach... Circa eine Stunde. Upsala. Und jetzt macht Minecraft nicht mehr mit. Nein, 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 nein. Hallo? Minecraft ist... Achso. Ich dachte Minecraft ist abgestürzt. Wahrscheinlich kann Minecraft... Pferde nicht ertragen. So. Moment. Moment. So. Ich nehme ein Lassau mit. So. Hallo, schöne Pferde. Hallo. Gibt es da noch mehr? Oh, das... Das gecheckte. Das... Zwei gecheckte. Das nehme ich mit. Gibt es auch ein schwarzes? Wie viel ein schwarzes? Oh. Schön. Endlich. 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 Und dann muss ich... Ich nehme das Kleine mit. Komm her. Plop. 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 Wie? Plop. Jawohl. Eins. Welche nehme ich jetzt mit? Komm. Zwei. Dann nehme ich dich mit. Welche ist eigentlich? Der da oder der da? Äh. Eins. Zwei. Dann nehme ich den mit. Drei. Und... Vier. Und jetzt. Nach Hause. Aber kommen die alle mit? Ja. Schön langsam mitkommen. Schön langsam mitkommen. Ja. Wir... Juhu. Ich bringe vier Pferde mit nach Hause. Ja. Kommt. 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 Ortis. Kommt. Jetzt hast du mich aber erschrocken. Kommt. 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 Wir laufen nach Hause. Ich habe das. Ich habe das. Ich werde rum und... Ehre kriegen. Ich werde... Alle werden mein Lied singen. Ein Lied über mich. Wie ich Pferde gesammelt habe. Wie ich Pferde gebracht habe. Wie ich mich aufopferungsvoll... Wie ich eine Weltreise unternahm. Ja. Meine Name wird man auch in... Tausend Jahre erzählen. Wie ich Pferde nach Hause brachte. So wie man sich ganz genau erinnert an derjenige, der die Pferde nach... Südamerika brachte. Hey. Eins. Zwei. Was soll das? Wieso habe ich nur zwei jetzt? Hallo? Ich glaube, ich bin zu schnell gelaufen. Toll. Kommst du mit? Ach nein. Und ich habe keine Leine mehr. Moment. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? So. Pferde. Kommt du mit. Langsam. Kommt du mit. So. Und jetzt machen wir... Wegpoints. Auf. Weg. Weg. Is it. Menü. So. So. Das wird jetzt... Kommt hier. Ist ja super. Die zwei hässlichsten habe ich dann mit. Hey du da hinten. Mitkommen. Ich hätte mehr Lassus bringen sollen. Das wird ein sehr, sehr, sehr lange nach Hause Weg. Durch Sand und Stein. Durch Wasser. Durch Regen und Dunckerleit. Aber zwei Pferde. Die habe ich mitgebracht. Aber ich weiß jetzt auch, wo die nächsten sind. Ja. Dann ist es nochmal... thematzz. Aber wir haben... Oder wir machen jetzt ganz.